We are no turn away now We are the warriors that built this town Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf Warrior Technik Heute gibt es das langersehnte V9 Cracklord Let's Show Und der René ist natürlich auch noch dabei Ne bin ich nicht Und der Finn auch, der ist im Hintergrund gerade noch dabei im TS Und ihr seht es jetzt schon Lügt nicht, der ist auch in meinem Kopf Echt? Echt ist er? Ernst Ihr seht das jetzt gerade zum ersten Mal so richtig von außen Ihr habt das ja eventuell mal in ein paar Fights oder so gesehen Allerdings habe ich dann nie die Stichlubs beladen Das werden wir aber diesmal nicht machen Weil sonst werden wir übel zu geflamed Und ein übelster Shitstorm kommt dann auf uns Ja warum guckst du in die Dinger rein? Mach ich gar nicht Ich hatte mein Inventar davor, außerdem sieht man da nichts Ähm, erstmal zur Bewaffnung Doch, Pisten Ja, das stimmt Erstmal zur Bewaffnung Eins, zwei, drei 80er Luftstichs Ja, jetzt werden ganz viele lachen Das sind aber unsere, wievielten waren das? Dritten, glaube ich Das heißt, die sind von der Technik her nicht veraltet Also sie funktionieren nach wie noch im gleichen Prinzip Aber sie sind, äh Ja, nicht ausgereift Deswegen 80 pro Kilo und kommen auf dem ersten Schuss nicht durch Das können wir jetzt schon sagen Zwei, äh, 20er Höhenstreu SFAs Die zwölf Blöcke breit sind Und ich glaube 14 Blöcke hoch Ich mache mir Musik ein bisschen lauter Ähm Gut, die kommen auch nicht durch Aber es ist, äh, denke ich nicht so schlimm Ja, dann hat er schon ein paar Monate auf dem Buckel Ich wollte gerade sagen, das sind ein halbes Jahr bestimmt Nein, das glaube ich nicht Nein? Das ist meine Achtung Ein paar Monate auf jeden Fall Guck mal, wir sind so schlau und wir sind nicht mehr die Themen Das war ja, das war ja genau Das war beim Kanonen-Lettsshow-Update gesehen, genau Und die ist halt extrem kompakt gebaut Nach einem ziemlich guten Prinzip, sage ich jetzt mal so Ich weiß, Eigenlob stinkt Du hast recht Vier Monate Aber es ist kein halbes Jahr, aber Nee, jetzt werden wir ja, dann sind es vier Monate Ähm, dann haben wir hier Eins, zwei, drei, vier, fünf Gute 32er-Stichkanonen Die sind wirklich nicht schlecht Ein Tick sind das Ähm, ähnlich aufgebaut wie unsere 40er Nur mit 32 Projektilen, damit man sie schneller beladen kann Und die machen auf jeden Fall einen Kanonen-Takedown Wenn, beim ersten Schuss Genau Und dann haben wir noch von René erbaut Fünf Artis Äh, 40er, genau, 24er 24er, ja Die sind, die sind alt Ja, aber die machen das, was sie sollen Genau, die machen das, was sie sollen Wenn man kommt, wenn man sie richtig bedient Durch Ich sag mal, Artis Muss man bedienen können Man kämpft nicht damit, sondern man muss sie einfach bedienen können Ja, man kann hier sogar schwenken an der Seite Ja, auch ganz easy hier Direkt über so eine Delay-Verstellung Also eine Artis ist meiner Meinung nach so ziemlich das komplexeste, die komplexeste Kanone, die man, also wie man sie benutzen kann Ja, zusätzlich haben wir dann nachträglich tatsächlich noch eingebaut eine Artischild, weil es halt ganz praktisch ist Und, äh, hier sowieso Platz war Das kann man ganz Weiß nicht Hast du den Scheinwerfer schon genannt? Achso, den einen Scheinwerfer genannt Wenn man sich da rein stellt, das sieht so, so episch aus Echt? Oh, göttlich Ähm, noch eine kleine Info Ihr bekommt das natürlich nicht zum Download Äh, wegen den Stichlops und wegen den SFAs Egal, viele werden sagen, das haben wir doch schon alles Aber wir machen sie nicht, weil es gibt immer einen Shitstorm, wenn, äh, irgendwelche, äh, hier, Lupfstechen oder so public gestellt werden Ähm, den Artischild können wir auch gleich mal ausfahren, oder du machst das eben, das ist ja in der mittleren Arti da Ach, jetzt muss ich mich auch noch bewegen, bitte Ganz primitiv, ähm, es ist ein Fight-Worgie, das ist natürlich klar, deswegen Lack So, ein bisschen Lack, WGTV9 Äh, ein fünffacher Artischild Was ein bisschen im unnötigen Fight ist, wenn man sich das so hinterher, äh, wenn man es im Fight betrachtet Man kommt da relativ schnell durch und das ist der höchste Aber er ist schön kompakt und, äh, fährt sich schnell aus Mit relativ wenig Lacks Ja Dann war's das, glaub ich, auch schon von außen Reinkommen tut man links oder rechts Hast du die Rückseite gezeigt? Ja, die hat man vorhin gesehen, da kann ich nochmal drauf gucken Hier, fünf Dachausgänger Ist nix großartiges, aber Nee, WGTV Fünf Dachausgänge und es ist, ich erwähne es immer wieder gern, es ist ein reines Fight-Worgie Das heißt, ihr erwartet dann jetzt keine lampengesteuerten Gänge oder so Lampengesteuerte Gänge? Ja, ich meine jetzt, ich meine jetzt Lampen, die von der Brücke aus gesteuert werden Also ich sag mal so, die Brücke ist, glaub ich, das Lichtgesteuerte Gänge Ist auch egal Das primitivste Worgie, äh, das primitivste, was es in diesem Worgie gibt Äh, hier haben wir direkt die Stichloops Da, hier und da drüben Die können wir einfach mal so von vorne zeigen Das ist nix besonderes, sie ist ein bisschen verkleidet Äh, ne coole Idee Pass mal auf Hier ist noch ne Truhe für TNT Weil die relativ viel TNT fressen Hm? Was ist da? Ne Ofenkammer, was willst du? Ah, stimmt Das ist ne Ofenkammer Genau So, hier, hier hat man, äh, rechts das Delay zu verstellen Äh, genau Hier ist die Brücke Ganz primitiv Brücke Genau Da hat man ein Brückenlicht Man hat ein Alarm Den kann man an- und ausschalten Man hat die SFRs und die Scheinwerfer Und dann war's das Wir machen mal den Toggle-Downfall hier Ähm, ja gut Die Scheinwerfer, da geh ich mal eben raus Dann kannst du dir die zeigen Wie will ich das? Keine Ahnung Was ist die überlassen? Aber ich wette, ich hab jetzt die SFRs dann gemacht Oh Echt jetzt? Ja Oh Gott, okay Dann sehen wir jetzt schon die SFRs Ja, hat schon eine gefällt Oder? Geht eigentlich Dass der letzte Schuss fällt Dass die letzten Schüsse irgendwie fällen, wissen wir ja Das sind auch noch nicht die gefixten Das heißt, noch die Standards So wie sie ursprünglich waren Kannst du die SFRs ausmachen? Sind schon aus Alles klar Äh, gut, dann schauen wir uns das direkt mal an Äh, tiefste Stelle ist, glaub ich, hier oben Ja Vor allem sind es auch nicht die schnellsten Ich mach das mal wieder zu Dann haben wir hinterher wieder so eine Grafik Wie Tuni das immer macht Das sind auch so Die, ja, rote Etage, sag ich jetzt mal Das ist jetzt irgendwie nichts Besonderes Äh, hier geht's dann zweimal nach oben Hier, hier links und, ähm Hier rechts Das ist dann so Findest weg Das ist dann so ein kleiner Fallschacht Und ab jetzt könnt ihr auch alles sehen Also die Stichlufts waren das einzige, was ihr nicht sehen durftet Inklusive den SFRs Und hier ist dann das Stichkanonendeck Ja, 532er Stichkanonen Die sind so aufgebaut Sind Einticks Heißt relativ viel Treibladung Aber Die sind nicht schlecht Also die sind für 32er machen die eigentlich gut einen Stich Äh, wollen wir den Schusstest danach machen? Ja, ne? Ja Okay Ich weiß eines, dass diese hier einen Durchschuss machen wird Weil die bei den SFRs ist Lör Warum ist der Witz noch nicht? Läu Ich auch noch nie gesehen So Okay Ähm, die haben auch keine Features Also leider keine Delay-Verstellung Das haben wir irgendwie bei diesen ausgelassen Alle 40er und so haben ja eigentlich bei uns eine Delay-Verstellung Haben die jetzt nicht Dann hat man hier wieder zwei Aufgänge Äh, hier kommt man hoch Und das ist auch direkt beschriftet nach unten Äh, wenn man von oben kommt Genau Dann gehen wir hier hoch Und hier Haben wir dann das Artideck Ja Ja, wie gesagt Fünf von Rene erbauten Artis Äh, auch nochmal alle mit einer Truhe Also auch die Stichkanonen unten hat eine Truhe Äh, ja Dass man da genug Reserven Genau Ja Und hier ist der Ausgang Ja, einige Ja Ich gehe jetzt durch einen Nicht durch mehrere Natürlich perfekt So, dass wenn man rauskommt Man direkt abgeschossen werden kann Weil es genau zwischen dem Artischutz liegt Ähm Gut, ich würde sagen Wir beladen jetzt mal alle Kanonen Dann machen wir einen Cut Ja Genau Und dann machen wir einen Beschusstest Ja Bis gleich Bis gleich, ciao Bens Bens Okay, und das sind wir wieder. Wir haben gerade jetzt die Artis und die Stichkanonen beladen und der Relais feuert jetzt mal die Artis mit dem Hebel ab. Mit dem Hebel, okay. Genau, mit dem Hebel. Heißt, die treffen weiter hinten. Im besten Fall. Das hat ja grandios funktioniert, nämlich genau gar nicht. Die haben weiter vorne getroffen. Okay. Das ist ja komisch. Wundert mich. Mich auch. So haben sie eigentlich ziemlich perfekt getroffen. Die nächste Mal ich auch mal mit Hebel. Vielleicht habe ich auch einfach beim Beladen gefailt. Ah, das wollen wir sehen. Ja, perfekt. Jetzt haben sie ganz hinten getroffen. Das ist sinnvoll. Einerseits, wenn hinten Spieler stehen oder wenn die Artis wenig Dachpanzerung haben und ganz hinten liegen. Es gibt auch Artis mit wenig Dachpanzerung und ganz vorne liegen. Dann nimmt man eher den Knopf, was eigentlich diese Artis ist. Ja, jetzt hast du wieder mit Knopf. Du hast Knopf. Das war jetzt Knopf, genau. Das heißt, sie schießen hier vorne hin. Diese Einstellung würde ich verwenden, wenn die Artis hier unten ungefähr so sieben bis acht Blöcke Panzerung haben. Weil wenn man ganz hinten trifft, kannst du weiter schießen. Oder Dachpanzerung. Dachpanzerung, ja, meine ich ja. Wenn man ganz hinten trifft, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass irgendwann das TNT hinten aus dem Worgia rausfällt. Und das wollen wir ja nicht. So, das war jetzt wieder mit Hebel. Ja. Und wir können jetzt gleich auch nochmal ein zweites oder drittes Mal mit der mittleren oder so mit dem Knopf schießen. Jetzt Knopf? Ja, ne? Ja. Oha. Duna. GG. Scheiße. Egal. Dann beladen wir die eben nochmal. Hey, du wolltest noch die Mitte, aber? Ne, wir beladen die einfach nochmal. Okay. So, ihr seht, die geht ganz schnell zu beladen. Jawoll. Das soll sie machen. Okay, jetzt beladen wir die mittlere noch ein paar Mal. Ja, mit was sollen wir schießen? Mit Knopf. Mit Knöppchen. Das. Was hängst du denn im Boden? Ja. So. Ah, wir haben ein bisschen weit hinten getroffen. Aber sie bohren sich dann relativ schnell sehr tief rein. Und wenn man es richtig macht, das hängt aber auch ganz davon ab, wie man das Delay einstellt, weil wenn man weniger Delay zum Beispiel macht, fliegt das wesentlich kompakter. Jetzt fliegt das manchmal ein wenig gestreut. Das ist halt dadurch, dass... Mal auf, was jetzt passiert. Ja, sehr gut war's. Ja, so ein bisschen. Nee, weil das explodiert ja nicht in die Luft. Ja. Und das bohrt sich halt immer weiter tiefer rein. Wenn das genau so liegt, dass das TNT hier gegenfliegt und dann runter, dann kommt man relativ leicht bis zum Boden. Wirklich. Ja, ich schieße es noch einmal. Ja. Das machen wir jetzt aber nicht, weil wir wollen das Video nicht so extrem die Länge streng ziehen. Deswegen schieße ich ja auch nochmal. Ja. Okay. Sauber. Ihr seht jetzt, wie tief man dann hier kommt. Zeigen wir einfach nochmal von hinten, wo das jetzt ungefähr ein Wargill wäre. Das wäre ziemlich genau jetzt die Mitte. Nach vier Schüssen. Nee, nach fünf Schüssen. Weiß ich jetzt nicht. Hab ich nicht gezählt. Ihr wisst das, wie viele Blöcke es sind. Auf jeden Fall ist das schon nicht schlecht eigentlich für die Generationen. Also wir haben jetzt die neuen, die in eurem Wargill, in dem V10 drin sind, in dem Public Wargill, was wir halt auch noch vorstellen. Es sind Artis drin, die sind nochmal, glaube ich, also die sind halt ein bisschen optimiert, weil die hier haben rein theoretisch acht Plätze Treibladung, weil die auf 45er damals ausgelegt waren. Genau. Ja. So, soll ich die sagen? Mit den Stichkanonen? Mhm. Genau, fangen wir mal mit der rechts an. Also von mir aus gesehen. Genau. Nee, doch nicht. Jawoll, ich schieße sie einfach durch. Alter, auf einmal. Alle hintereinander. Was machst du denn? Ja, ja warte, ich mach. Werden sie vorher entbuggen sein? Ja? Hat sie auch gejagt? Ja, nö, aber trotzdem. Jo, da ist jetzt unter den Artis-Schaden gekommen, also es ist kein Durchschritt, keine Ahnung, es ist 32er an. Ziemlich krass, wenn die auch 35er an Durchschluss machen. Jo, das war in das Loch von den SFRs und die Kanonen noch einmal. Jawoll. Okay, das waren die Stichkanonen. Ich zähle jetzt einfach mal zwei davon aus und dann haben wir so ungefähr einen Durchschnittswert. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Acht Blöcke stehen hier noch. Ähm, ja, ist ja gar nicht mal schlecht, da steht auf jeden Fall keine Kanone mehr. Äh, hier war jetzt schon ein Loch, deswegen ist das ein bisschen unfair. Hier ist jetzt gerade das Arti-Loch, das heißt, ihr seht schon. Da war auch schon ein Loch. Ja. Da müssen wir die letzte nennen. Die hier, genau. Die war, glaube ich, ein bisschen schlechter. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, elf. Elf Blöcke. Ja, auch hier relativ unwahrscheinlich, dass hier noch eine Kanone steht. Natürlich wäre dann eine 40er ein bisschen, ich sag mal, besser, weil die macht auch ein wesentlich geilerer Sprengkopf. Jetzt kommen wir zu dem Luftstich, die beladen wir jetzt. Sprengkopf, genau. Können wir nicht machen. Können wir nicht machen, genau. Können wir halt leider nicht machen. Außerdem bei 32ern bringt das nicht so unglaublich viel. Äh, wir beladen jetzt die Stich-Stich-Lubs einmal, die und die. Äh, weil wäre hier etwas hochgegangen, dann wäre gleich das ganze Walkie am Arsch. Deswegen sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. Bis gleich, ciao. Und da sind wir wieder zurück. Wir haben jetzt die Stich-Lubs beladen, ähm, so wie man sie beim ersten Schuss beladen soll. Wir schießen mit einem Höhenstich. Genau. Da sagen wir jetzt schon mal, sie jagt sich am ehesten hoch, äh, macht aber natürlich einen hohen Stich. Beim tiefen Stich, den können wir gleich auch nochmal zeigen. Äh, ich weiß aber gar nicht mehr, wie man die dann belädt. Keine Ahnung. Einfach voll machen. Ähm. Ja. Dann macht die direkt einen Durchschuss oder keinen Durchschuss und Sprengkopf von 16 Blöcken nach links oder so, wenn man ein zweites Mal schießt. Ähm, aber die jagt sich dann so gut wie nie hoch. Also schieß einfach mal. Ja, denk dran. Nicht gucken. Nicht gucken, nee. So, da hätten wir es. Äh, erster Schuss. Mach wieder zu. Ganz in Ordnung. Eigentlich genauso tief wie die Stichkanonen. Ups. Ja, genau. Hast du zu? Jo. Alles klar. Dann würde ich sagen, schießen wir mit der mittleren im, äh, Stich-Modus. Äh, belad die aber nochmal richtig voll. Wir hatten ja nur bis zu den Goldblöcken beladen. Jetzt haben wir voll beladen. Ja, so viel ist es jetzt auch nicht. Es ist eine Reihe mehr. Zwei Reihen. Oder? Eine Reihe? Eine. Okay. So. So, genau. Die hat jetzt absichtlich keinen Durchschuss gemacht. Das ist, äh, aber die hat direkt einen Sprengkopf gemacht, die Junge. Cool. Ja, der aber nicht, aber doch. Sprengt nicht viel, aber er bringt nichts. Okay. Den Schaden eben brauchten wir nicht auszahlen. Wir können jetzt hier nochmal einen Sprengkopf reinhauen. Genau, einen Sprengkopf. Dann muss ich das Ding geladen. Dann beladen wir das Ding nochmal und wir sehen sofort. Warte, ich belade das aber gerade. Nicht? Okay, er belädt es einfach. Soll ich nicht, oder? Doch, kannst du gerne machen. Gut. Delay vorstellen. Ja, oder? Äh, ja, mach volles Delay. Genau. Und auch komplett voll das Ding. Genau, komplett voll, volles Delay. Und dann hatten wir schon mal einen Sprengkopf von 16 Blöcken ungefähr nach links oder rechts. Ich weiß nicht mehr, wahrscheinlich nach links, weil der hier... Wie viele haben wir denn jetzt schon? Äh, kann ich mal zählen. Das sind... Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Acht Blöcke vom Außenbereich des Schutzes und ungefähr elf Blöcke vom Zentrum. Oder? Gut. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ja, ungefähr elf Blöcke. Zwölf Blöcke vom Zentrum aus. Also es ist jetzt nicht wenig. Also wenn wir genau in den Stichlopf getroffen haben und... Also hier unten meine ich jetzt. Und dann hier noch eine Stichlopfstunde, wäre die wahrscheinlich mindestens angekratzt. Was natürlich sehr fortreifend ist. Ja. Uh. Yo. Wahrscheinlich. Ich liebe es so. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 Blöcke vom Außenbereich nach dem zweiten Schuss. Also ungefähr 28 Blöcke aus dem Zentrum, was enorm viel ist. Also jetzt bringt ein Sprengkopf wahrscheinlich nicht mehr so viel, weil hier hinten kaum noch Blöcke sind, die Resonanz bieten. Gut. Das war dann die Stichlopf. Dann schießen wir mit der anderen nochmal im Höhenstreu-Modus. Und... Ich kann euch schon mal sagen, also die wird beim zweiten Höhenstich definitiv durchkommen. Das ist nicht so das Thema. Das habt ihr aber auch schon im Trailer gesehen. So. Ja, der war gut. Der war nicht schlecht. Wie viel stehen hier noch? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Blöcke. Hier steht keine Kanonen mehr. So, jetzt. Soll ich mit der auch nochmal zweimal schießen? Mit der kannst du zweimal schießen. Einfach jetzt volle Treibladung. Genau. Volle Treibladung, volle Projektile. Ja, Treibladung immer voll. Logisch dauert das relativ lange, eine 80er vollzuladen. Deswegen. Ach, ich sehe schon die Leute flamen, wie sie schreiben. 80 Projektile und dann kein Durchschuss direkt. Ja. Naja, egal. Wow, du hast ja direkt geschossen, Junge. Ja, was denkst du? Ich bin nicht gut im Beladen. Okay, direkt Durchschuss. Hier seht ihr ja. Und dann steht hier auch keine Kanone mehr. Oben stehen noch rund eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn. Fünfzehn Blöcke. Für eine Art, für eine Art wird das knapp. Muss ich sagen. Das Beste ist, die Leute denken, ja, Durchschuss, die Kanone macht jetzt keinen Schaden mehr. Deswegen glaube ich, die Kanone jetzt das letzte Mal. Ja, die macht mehr Schaden. Die geht noch weiter nach oben. Das sieht man auch hier. Die werden dich zu verheizen. Bitte? Ich schieße. Achtung, ich schieße. Jo, die geht hier oben immer tiefer rein. Das heißt, wenn man immer weiter schießt und schießen kann, weil sie sich natürlich irgendwann hochjagt, das ist bei Stichlubs leider so, dann kommt man damit durchaus durch das komplette Wargue auf die gesamten Höhe durch. Unten hat man dann halt den Stich mit dem Sprengkorb. Das heißt, das haut schon ordentlich rein. Ja, kann ich auch gerade noch zeigen. Ja, kannst du auch nochmal machen. Dann penetrieren wir diesen Testblock komplett. Und dann haue ich mal so eine Grafik raus. Das mache ich jetzt schon mal. Ich markiere schon mal den Block. So. Ja, okay. Sag, wenn du bereit bist. Ja, klar. Hau raus. Gut. Direkten Durchschuss, oder? Genau. Gut, das ist bei 80 Projektlinien jetzt nicht so unglaublich schwer. Ihr seht, wie weit ihr noch gekommen wäre, rein theoretisch. Hätte auch ein 45er durchschossen. Ähm. Ja. Ja. So, dann replacen wir das mal eben. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht die ID von gefärbten Glas. Das war nämlich nicht Glas. Kannst du dir mal eben rauskuchen? Welche Farbe? Orangenes Glas am liebsten. Orangenes Glas. Oder nee, graues Glas. Hellgraues Glas, genau. Hellgraues Glas, ja. Ähm, 95,8. Okay. 95,8 hast du ergeben, oder? Wie viel? 95? Ja. Doppelpunkt 8. 95,8. Äh, war das gerade richtig? Ja. Nee? 2,8. 1,8. Bitte? 2,8. Das ist über den Klausel drin. Das ist 0. Das ist jetzt 0. Warte mal. Replace. Wool. Äh, 0. Ja, jetzt sieht man das. Ja gut, das war jetzt hier, weil hier ganz viel Flaschenschaden entstanden ist. Ähm, ansonsten können wir hier mal reingucken und das Wargear, das Gegnerische, wenn man mit diesen Artis schießt, ist man wirklich überall abgedeckt. Die Artis kommen ja sowieso komplett runter, von daher ist das kein Thema. Und die, also ich würde sagen, das sind jetzt natürlich überall ein paar mehr Schüsse gewesen, die Stichkanonen hatten alle nur einen Schuss. Aber ich würde sagen, das ist jetzt alles für einen Kampf Wargear ziemlich gut abgedeckt. Ja. Ja. Ich denke, da war es das auch. Wie gesagt, das Wargear gibt es nicht zum Download, aber das V10 habt ihr ja. Das heißt, ihr habt einen Public Wargear von Wargear Technik. Genau. Das letzte Show machen wir dann auch noch. Und hast du noch irgendwas zu sagen? Nein. Gut. Dann würde ich sagen, war es das für heute. Genau. Und wir sehen uns in einem anderen Video wieder. Ciao. 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 Ciao.